Hey, Entschuldigung, Sir, Sie sitzen im falschen Wagen. Sie haben zwei Tage lang um einen Termin gebeten. Dann erzählen Sie mal. So ein Fall ist mir noch nie untergekommen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper. Ist irgendetwas passiert? Machen Sie die Tür auf! Machen Sie die Tür auf! Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Wir sind hier! Keine Sorge, er weiß, wozu ihr hier seid. Er darf euch nicht anrühren. Er weiß das. Mein Name ist Hedwig. Ich hab rote Socken an. Wie alt bist du? Neun. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Objekt im Universum. Wir kommen hier nur raus, wenn uns eine von ihnen freilässt. Du cleveres Ding. Hedwig, kannst du uns helfen? Okay. Ich hab ein Fenster in meinem Zimmer. Magst du mir das mal zeigen? Das ist hier! Jetzt ist es zu, jetzt ist es auf. Dachtest du, das ist echt? Damit du abhauen kannst? Ein Individuum mit multiplen Persönlichkeiten, die seine Körperchemie verändern können. Durch ihre Gedanken. Jemand kommt dich holen. Was, wenn er das Potenzial seines Gehirns ausschöpft? Es gibt keine Grenze. Er könnte zu allem werden. Heute ist ein besonderer Abend. Ihr werdet in Gesellschaft von etwas Größerem sein. Die Welt wird es nun verstehen. Die Bestie ist real. Er hat schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Ich... Melanie Untertitelung des ZDF, 2020